Wir lieben das Wasser. Wir sind leicht, geborgen wie im Mutterleib. Wir schwimmen und schweben. Also wenn man mal drin war und sich wohlfühlt, dann spürt man ja auch diese Dreidimensionalität, diese Leichtigkeit. Wir können reinspringen, wir können schweben, wir können uns drehen. Und das ist mit Sicherheit schon mal ein Synonym für Freiheit. Wasser ist als Trinkwasser überlebenswichtig. Aber es ist auch feindliches Element. Wir haben ja keinerlei spezielle Anpassungen an das Wasserleben. Also wir sind jetzt nicht, wir haben keine Kiemen oder auch keine Schwimmhäute. Nichts deutet darauf hin, dass wir uns mit dem Wasser eng entwickelt haben. Bis zur Geburt wachsen wir als Embryo im Fruchtwasser heran. Im Körper unserer Mutter. Noch fünf Monate nach der Geburt haben Babys einen Atemschutzreflex und können problemlos tauchen. Schwimmen muss der Mensch allerdings lernen. Die Sporthochschule in Köln. Ein Leistungszentrum, das auch Kindern zum Schwimmen lernen offen steht. Hier suchen Forschende nach Methoden, wie man die Schwimmkompetenz von Kindern erkennen und beurteilen kann. Das Ziel der Gruppe, um Sportwissenschaftlerin Ilka Staub, die Lernmethoden den tatsächlichen Fähigkeiten der Kinder anzupassen. Der Beginn der pädagogischen Forschung im Wasser. Die Kleinen beim Spielen beobachten. Das Spielen ist einfach so wundervoll, weil die Kinder sich selber nicht über, aber auch selten unterfordern. Und es ist häufig auch mit diesem freudvollen Aspekt, dass sie sich auch viel, viel mehr trauen, sich selbst herausfordern und herausfordern. Wir wissen einfach, dass Kinder vor allem im Vor- und Grundschulalter noch über das Spiel unfassbar viel lernen können. Vertrauen in die physikalischen Eigenschaften des Wassers aufbauen. Toter Mann spielen ist dafür wie gemacht. Und wesentlicher Teil des Kurses. Nach dem Ausatmen hat der Körper eine Gesamtdichte, die etwas höher ist als die des Wassers. Er sinkt langsam. Nach dem Einatmen ändert dieser Wert sich ins Positive. Man schwebt. Das, was es zu lernen gilt im Wasser, ist, dass das Wasser einen Auftrieb hat. Und dass ich mit meinem Körper ohne irgendwelche Hilfsmittel diesen Auftrieb erfahren und nutzen kann. Dann habe ich weniger Panik. Dann kann ich souverän mich in diesem Element bewegen. Die Forschenden unterteilen die Kinder in verschiedene Kompetenzstufen. Vom einfachen Untertauchen mit Luft anhalten, überschweben in Rückenlage bis zum Hineinspringen. Diese Kategorien ergeben einen Katalog, mit dem praktisch alle, die schwimmen leeren, beurteilen können, auf welchem Niveau sich Kinder befinden. Auch unter Wasser bewegen sich viele Kinder schon nach kurzer Zeit mit geöffneten Augen. Mit Vertrauen in den Auftrieb ihres Körpers. Man ist sich einig. Es gibt niemanden, der dagegen redet. Das Schwimmen beginnt unter Wasser. Und das ist häufig das Erste, was verletzt wird. Weil man dann irgendwie häufig, ist die Argumentationslinie dann, ja, das mit dem Tauchen ist so schwer, das machen die nicht. Ich mache jetzt erstmal den Brustbeinschlag oder den Kraulbeinschlag oder so. Das ist leider, man muss sagen, fachlich gesehen falsch, ja. Diese Kinder sind Mitglieder im Schwimmverein der Uni und kommen teils über viele Monate hierher. Viele Eltern erwarten jedoch, dass ihre Kinder möglichst schnell schwimmen lernen. Im Prozess des Schwimmenlernens wäre es ganz schwierig, wenn wir da irgendwie, sagen, Druck aufbauen und sagen, nach fünf Stunden müssen die schwimmen können. Weil es geht ja darum, Vertrauen zu finden. Es geht darum, ein neues Bewegungsfeld sich zu erschließen, zu entdecken. Und er braucht einfach unterschiedlich lange. Bad Nauheim in Hessen. Hier steht eines von knapp 6.500 öffentlichen Schwimmbädern in Deutschland. Marlies Krell-Moder und Julia Mörler sind seit vielen Jahren Schwimmlehrerinnen. Ihre Einschätzung, die Kinder schwimmen immer schlechter. Ich war gerade aktuell letzte Woche mit einer 6. Klasse schwimmen. Dort waren sechs Schüler in einer 6. Klasse, die sind 11 bis 12 Jahre alt, die nicht schwimmen konnten. Und die hatten auch wirklich panische Angst vor dem Wasser. In den letzten 20 Jahren haben etwa 1400 Bäder in Deutschland schließen müssen. Zu baufällig, zu teuer. Die Kassen der Kommunen leer. Die Schwimmkurse hier sind ausgebucht. Einen Platz zu bekommen, schwierig. Trotz spielerischem Zugang, die Zeit drängt für Julia. Die Kurse gehen über insgesamt 15 Einheiten, jeweils 60 Minuten. Dann kommen schon die nächsten Kinder mit ungeduldigen Eltern. Julia lehrt auf herkömmliche Weise mit Auftriebsmitteln. Wir gehen bewusst ins tiefe Wasser von Anfang an, dass die Kinder nicht 30 Minuten von 45 Minuten laufen, sondern wirklich die Bewegung durchführen können mit den Armen und den Beinen. Das ist im flachen Wasser nicht möglich, dass man das schafft, dass die Kinder nicht laufen, sozusagen. Das Ziel, ein Seepferdchen abzeichen. Dazu müssen die Kinder erstens einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser holen, zweitens ins Wasser springen und drittens dann 25 Meter schwimmen können. Ohne Auftriebsmittel. Also die Eltern erwarten schon, dass da auch im Ergebnis das Seepferdchen rauskommt. Aber Kinder brauchen halt die Zeit, die sie brauchen. Und das ist halt sehr unterschiedlich. Es gibt Kinder, bei denen geht das rucki-zucki und bei anderen, die brauchen halt viel länger. Brustschwimmen ist das erste, was im deutschsprachigen Raum gelehrt wird. Und gar nicht so leicht durch die komplett unterschiedlichen Arm- und Beinbewegungen, die meist nacheinander unterrichtet werden. Ich weiß, dass sie in Amerika mit dem Rückenschwimmen beginnen, aber wir haben uns hier bewusst dafür entschieden, dass wir mit dem Brustschwimmen beginnen, da das in der Schule sehr häufig dann nicht abgewagt wird. Das Problem daran, Kinder haben beim Brustschwimmen einen körperlichen Nachteil Erwachsenen gegenüber. Den Kopf oben zu halten, ist für sie aus anatomischen Gründen nicht so einfach. Wichtig zu wissen ist an dem Zusammenhang auch, das trifft für Erwachsene zu. Weil das Kopf-Körper-Verhältnis bei Erwachsenen ist ungefähr 1 zu 8. Bei Kindern im Vorschulalter ist es so 1 zu 5, Grundschulalter 1 zu 6, je nachdem, wie der Entwicklungsstand ist, da ist das gar nicht so. Das heißt, wenn der Kopf über Wasser ist, ist der Abtrieb immer noch unfassbar groß. Die können gar nicht so, ich sag mal, entspannt mit Kopf über Wasser auftreiben, wie wir uns das in der Erwachsenenwelt immer vorstellen. Brustschwimmen ist deshalb beliebt, weil die Atmung besonders einfach ist. Der Kopf kann im Prinzip immer über Wasser bleiben, er sollte aber beim Beinschlag trotzdem eintauchen, um die Hals- und Rückenmuskulatur zu entspannen. Rückenschwimmen ist die kraftschonendste Art des Schwimmens. Das Problem, man sieht Gefahren und Hindernisse nicht. Delfinschwimmen wurde erst in den 1930er Jahren entwickelt und ist der am schwierigsten zu erlernende Stil. Kraulen ist die schnellste Technik. Hier muss man vor allem lernen, in der Seitenlage zu atmen. Schwimmen ist eine Kulturtechnik des Menschen. Unsere Verwandten haben ein Fell, das im Wasser schwer wird und bremst. Alexander Sliwa ist Biologe und beobachtete Primaten in vielen Teilen der Welt. So gut wie allen ist eines gemeinsam. Also die Menschenaffen lieben das Wasser nicht, sie brauchen es natürlich auch zum Trinken, aber sonst ins Wasser hineinwarten, maximal, aber schwimmen auf keinen Fall, weil Menschenaffen eben natürlicherweise, wie wir Menschen, auch nicht schwimmen können von Anfang an. Das müssten sie erlernen, aber wer bringt es ihnen bei? Ins Wasser zu gehen, braucht einen Anreiz. Alexander Sliwa und der Tierpfleger versuchen es mit frischen Brötchen, einem seltenen Leckerbissen. Wir haben hier 54 Pavianer und wir haben immer nur ein oder zwei Tiere, die dann tatsächlich das auf sich nehmen, ins Wasser zu warten. Das ist außen noch kalt, wir haben noch ein Frühjahr. Und ja, generell ist es ein ungutes Gefühl, im Wasser zu sein für Primaten. Ist dieser Pavian eines der besonderen Tiere? Er wägt wohl ab, was ihm wichtiger ist. Die Beute im Wasser oder die Sicherheit des gemeinsamen Felsens? Es ist evolutionär ganz tief verwurzelt und hat sich natürlich auch durchgesetzt. Die Tiere, die vorsichtig sind und das Wasser meiden, also höchstens zum Trinken natürlich, was lebenswichtig ist, das Wasser möglichst meiden, weil da die Gefahr lauert. Ich glaube, jetzt geht er gleich. Jetzt. Das Männchen beschließt, es zu riskieren und muss dafür aufrecht gehen. Auf zwei Beinen. Man hat ja gesehen, wie schnell er weggerannt ist. Also er hat natürlich seine Beute in Sicherheit gebracht. Also drei Brötchen, das ist ganz ordentlich. Und ich bin auch sehr erstaunt, dass sie ihm nicht gefolgt sind normalerweise. Es gibt hier deutlich stärkere Männer, hätten sie ihm das abgenommen. Also ich kann mir das jetzt gerade nicht erklären, warum er so ungeschoren weggekommen ist davon. Aber es waren große Erfolge. So funktioniert Evolution. Individuen, die für mehr Futterrisiken eingehen und erfolgreich sind, haben Überlebensvorteile. Während die Herde Futterkrumen am Ufer aus dem Wasser angelt, genießt der mutige Pavian seine üppige Mahlzeit. Aus dieser Art Verhalten hat Carsten Niemitz, Professor für Verhaltensforschung an der Freien Universität Berlin, eine Evolutionstheorie entwickelt. Der hungrige Pavian im Gehege passt perfekt dazu. Denn er geht auf zwei Beinen ins Wasser statt wie viele andere Säugetiere auf allen Vieren. Weil die Affen von springenden Vorfahren im Urwald abstammen und deswegen schwere muskulöse Beine haben. Und der Schwerpunkt liegt bei allen Affen weiter hinten als bei allen anderen landlebenden Säugetieren, sodass die Affen sich selbstverständlich wegen ihrer Gewichtsverteilung im Wasser hinten auf die Hinterbeine stellen. Seine nicht unumstrittene Theorie, in Ufergewässern, wo es reichhaltige Nahrung gibt, hat der Vorfahr des Menschen den aufrechten Gang gelernt. So wie der Pavian im Kölner Zoo. Und von dort ist er im aufrechten Gang in die Steppe gewandert. Karsten Niemitz ist überzeugt, nicht nur Körper und Gene des Menschen erinnern sich an die Zeit an Ufergewässern, auch im Bewusstsein schlummert etwas davon. Der Mensch magt einfach in seiner Reminiszenz an seiner Evolution diese Ufer, deswegen, weil sie für unser Überleben über mehrere Millionen Jahre hinweg einfach notwendig waren. Und deswegen schätzen wir das Wasser so hoch ein. Wie genau frühe Menschen geschwommen sein könnten, lässt sich nur erahnen. Erst im 19. Jahrhundert begann man, das Schwimmenlernen zu systematisieren, den Sport als gesundheitsfördernd zu erkennen. 1896 wurden Kraul- und Brustschwimmen olympische Disziplinen. 1912 auch für Frauen. Allein in Deutschland schwimmen heute mehr als eine halbe Million Menschen im Verein. Noch viel mehr als Freizeitsportler. Eine Trainingsanlage im Süden Teneriffas. Hier trainieren Olympiateams vieler Länder, aber auch ambitionierte Laien, wie diese Gruppe aus Deutschland und der Schweiz. Angestellte, Rentnerinnen, Schwimmfans aller Alters- und Leistungsklassen. Sportwissenschaftler und Leistungsschwimmer Holger Lüning leitet den Kurs. Eine Woche dauern diese Camps in der Regel inklusive Videoanalyse der Schwimmtechnik und der typischen Probleme des modernen Menschen. Gerade so das einfache Schwingen aus dem Schultergelenk heraus, allein das ist für viele Menschen schon eine Herausforderung heutzutage. Und das ist natürlich wirklich erschreckend, denn es geht ja nicht nur ums Schwimmen, es geht ja auch um die Lebensqualität im Allgemeinen. Es geht um auch die Beweglichkeit eines langen Schrittes, Sturzprophylaxe. All diese Dinge, die eine Rolle spielen, auch im höheren Alter, die gehen Stück für Stück verloren, diese Fähigkeiten, müssen mühsam wieder erarbeitet werden. Für die meisten der 15 ist Schwimmen Passion. Darunter auch solche, die nach langen Pausen wieder etwas für ihre Technik tun wollen. Ich schwimme extrem gerne und mir geht es vor allem darum, noch lange viel Sport treiben zu können. Bei mir ist die Motivation fit zu bleiben, schönes Wetter, unter Palmen. Und bei Holger habe ich Delfin gelernt und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich auch in meinem Alter noch Delfin schwimmen kann. Auf die Plätze! Delfin ist am schwersten zu lernen, weil, anders als etwa beim Kraulen, beide Arme gleichzeitig nach vorne geworfen werden müssen. Und der gesamte Rumpf eine Wellenbewegung ausübt. Also unser Ziel ist jetzt mal zu schauen, ob sich die technischen Veränderungen auch in zeitlichen Verbesserungen niederschlagen. Also das Thema ist Westzeitenjagd. Wir versuchen heute mal die 100 Meter zu schwimmen, so schnell wie es geht, um auch als Trainer mal einen Anhaltspunkt zu bekommen, aber auch den Schützlingen, unseren Sportlern hier mal so eine eigene Benchmark mit nach Hause zu geben. Tägliches Wettschwimmen, nicht als Konkurrenz, sondern zur Kontrolle der eigenen Fortschritte. Die Hauptattraktion der Anlage ist das Strömungsbecken. Es ist das einzige in Europa, das auch für Nicht-Leistungssportler zugänglich ist. Zu Beginn eines Kurses analysiert Holger Lüning die Technik. Wie bei diesem eher durchschnittlichen Schwimmer. Ja, also wir sehen hier bei ihm jetzt ganz gut, gerade was den Atemvorgang anbelangt, dass er doch sehr stark in die Drehung gerät. Und was man auch wahrnehmen kann, dass er den rechten Arm während des Atemvorgangs als Stützarm nützt. Also versucht die Wasserlage oben zu halten, was wiederum dazu führt, dass er dann diesen Stützarm, der nach unten zum Poolboden geführt wird, nicht mehr als Vortriebsarm nutzen kann. Also er erzeugt relativ wenig Tempo aus dieser Aktion, hat aber trotzdem wirklich einen sehr hohen energetischen Aufwand. Denn beim Schwimmen ist es so, man drückt ja immer irgendwo gegen das Wasser, also strengt immer an. Wir sagen im Schwimmsport immer, wir sollten versuchen auf dem Wasser zu schwimmen und nicht in dem Wasser. Das ist so die Vision, die wir haben. Wie Kraulen in Perfektion aussieht, zeigt Co-Trainerin Isabel Donath. Physikalisch geht es beim Schwimmen um eine optimale Kombination von Vortriebskraft und Auftrieb. Die Formel dazu ist kompliziert. Sie bildet ab, dass die richtige Lage des Körpers im Wasser zentral ist. Der natürliche Auftrieb und der durch Technik optimierte Vortrieb machen einen effektiven Schwimmstil aus. Dabei leisten die Arme fast zwei Drittel der Vortriebskraft, die Beine ein Drittel. Sie tragen vor allem zur optimalen Lage im Wasser bei. Ja, also wir sehen das Ergebnis jahrelanger Trainingsarbeit. Wir haben eine deutlich höhere Wasserlage gesehen, deswegen auch deutlich weniger Wasserwiderstand. Wir haben gesehen, dass die Antriebshebel, Hand und Unterarm in einem viel besseren Winkel auch stehen und somit die Kraft, die ins Wasser gebracht wird, auch viel besser im Vortrieb umgesetzt werden können, sodass also ein Impuls von vorne nach hinten gerichtet ist. Schwimmen hat etwas von einem meditativen Sport. Interaktionen sind begrenzt, die Sinneseindrücke auf das Wasser beschränkt. Das Körpererlebnis ist wesentlich intensiver als etwa beim Joggen. Man weiß ja auch aus Studien, dass allein schon durch die bessere Sauerstoffversorgung des Gehirns, einfach auch das Gehirn besser arbeitet. Also ich kenne viele Sportler, die sagen, ich bin mit einem Problem ins Wasser gegangen und bin ohne ein Problem wieder rausgekommen. Glücksgefühle beim Schwimmen? Global gesehen sind sie ein Privileg der Reichen. Drei Viertel der Menschen aus ärmeren Regionen können nicht oder nur schlecht schwimmen. Nur ein Drittel kann sicher schwimmen. In reichen Ländern ist das Verhältnis genau umgekehrt. Sumaya Al-Hasan kommt aus Syrien. Dort können weniger als 30 Prozent aller Frauen schwimmen. Auch sie hatte als Kind weder Zugang zu einem sauberen See, geschweige denn zu einem Schwimmbad. Ich hatte eine schlechte Erfahrung. Ich war mal alleine und ich wollte dann ins Wasser, dann zwar ein bisschen runter, ein bisschen. Und deswegen, seit damals hatte ich richtig Angst vor dem Wasser gehabt. Und ich konnte nicht so immer denken, dass ich wieder schwimmen kann oder lernen. Am Abend in Bad Nauheim. Marlies Krell-Moder wartet auf ihren Anfängerkurs. Hallo, schönen guten Abend. Ich bin die Marlies. Ich bin Nazir. Hallo, schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr denn auch schon Erfahrung im Wasser? Wart ihr schon mal hier im Schwimmbad? Kennt ihr euch da aus? Beide Frauen haben ganz unterschiedliche Motivationen, als Erwachsene noch schwimmen zu lernen. Ich habe drei Kinder und das ist ja schön, wenn ich mit meinen Kindern ins Schwimmbad gehe und dann, dass ich mitschwimmen kann. Und ich möchte meinen Körper bewegen. Deshalb komme ich hier. Ich möchte gesund bleiben. Und Schwimmen ist ein guter Sport für Gesundheit. Marlies arbeitet seit den 1970er Jahren ehrenamtlich. Sie unterrichtet inzwischen schon die Enkel ihrer ersten Schülerinnen. Kinder haben in der Regel wenig Scheu vor dem Wasser und mehr Probleme damit, den Sinn technischer Übungen zu begreifen. Bei Erwachsenen ist es oft andersherum. Sie haben weitaus mehr Angst vor tiefem Wasser. In den letzten Jahren sind viele Migrantinnen dazugekommen, aber nicht nur sie sind typische Nichtschwimmerinnen. Schwimmfähigkeit hat auch etwas mit sozialer Herkunft zu tun. Einfach gesagt, je ärmer, desto eher kann ein Mensch nicht schwimmen. Das gilt weltweit. Tatsächlich gibt es Studien zu, dass die sozialen Ungleichheiten sich auch in der Schwimmfähigkeit widerspiegeln. Und dementsprechend natürlich auch in Geschlechtern teilweise und auch in kulturellen Hintergründen. Ja, das ist so ein bisschen separiert voneinander betrachten. Das ist in Deutschland aber sichtbar. Okay, danke auch. So, das mache ich. Arme strecken. Und jetzt tun wir mal richtig ins Wasser pluppern. Jawohl. Ja, sehr gut. Und nochmal. Prima. Das ist das Allerwichtigste, dass die angstfrei ins Wasser gehen. Ja, und weil die Technik, die kommt dann. Das ist dann einfach nur noch eine Frage der Zeit. Dass die Konditionen kriegen, dass sie die Technik hinkriegen. Aber dass sie erstmal das Grundvertrauen haben, das Wasser trägt nicht. Ja, ich brauche keine Angst haben. Das ist bei Kindern wie Erwachsen das Gleiche. Für viele Teilnehmerinnen ist es noch mehr als Vertrauensgewinn. Ja, ich habe gerade jetzt gesagt, man fühlt sich immer so frei. So richtig eine schöne Gefühl. Die erste Unterrichtseinheit ist vorüber. Insgesamt zehn Stunden wird der Kurs dauern. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Prima. Das freut mich. Weil das ist nämlich was ganz Tolles, schwimmen zu können. Und dann machen wir den nächsten Donnerstag weiter. Tschüss. Tschüss. In fünf Wochen soll es soweit sein. Dann haben diese Frauen die Kulturtechnik des Schwimmens erlernt. Ihr Schiff ist gesunken. Sie sind allein auf dem offenen Meer. Sie müssen andere Überlebende finden und sich gemeinsam in einer Rettungsinsel in Sicherheit bringen. So steht es heute auf dem Stundenplan. Im Maritimen Kompetenzzentrum Elsfleth bei Bremen. Ein Standardkurs für Rettungsmaßnahmen auf hoher See, den jeder Seefahrer absolvieren muss. Sie simulieren einen Notfallsprung von Bord eines schiffbrüchigen Frachters, müssen dann gemeinsam eine Rettungsinsel erreichen und werden auf einen simulierten Hubschrauber hochgezogen. Länger als ein paar Minuten darf das nicht dauern. Auf hoher See, im kalten Wasser, ist jede Minute kritisch. Diese jungen Männer sind in der Ausbildung zu nautischen Berufen. Vom Techniker bis zum Schiffskoch. Jetzt geht es um das korrekte Anlegen des Rettungsgeschirrs. Dann legt ihr euch die Schlinge an. Die Schlinge schwimmt dann auf. Ihr schwimmt dementsprechend rein. Geht hier durch diese Lasche durch. Hakt den hier auch oben wieder ein. Möglichst hoch. Bei uns ist das ein bisschen unangenehm. Möglichst hoch unter den Achseln. Festziehen und dann einmal das Signal geben zum Hiefen. Ich ziehe euch dann dementsprechend hoch, schwenke euch ein und dann legt ihr oben ab. Und dann geht ihr bitte rückwärts die Leiter wieder runter. Der Überlebensanzug ist aus Neopren. Im Notfall müssen die Männer ihn innerhalb von höchstens zwei Minuten anlegen. Ohne würde die Kerntemperatur des Körpers in wenigen Minuten auf bedrohliche 35 Grad und weniger abfallen. Wichtig ist vielleicht auch die Eigenschaft, dass die Körperkerntemperatur innerhalb von sechs Stunden bei null bis zwei Gradkeiten Wasser nicht mehr um zwei Grad abfallen kann. Das ist eigentlich der Hauptgrund. In der Regel haben wir ja nicht so wie hier Freibadtemperaturen oder 20 Grad. Es gibt ja auch Regionen, wo das Wasser um die null Grad hat. Da sind die Überlegenschafts relativ gering. Im Jahr 2020 gab es weltweit 50 sogenannte Totalverluste. Untergänge von Schiffen mit Mann und Maus. Dazu unzählige Personen, die bei Sturm über Bord gingen. Sie werden nur unzureichend statistisch erfasst. Viele sterben in den Gewässern Asiens und Afrikas. Der zweitägige Lehrgang steht kurz vor der Prüfung. Da müssen die Auszubildenden zeigen, dass sie es in einem Seenotfall koordiniert und als Gruppe in eine Rettungsinsel schaffen. Das geht noch. Zieh ihn richtig rauf. Deine Füße noch. Hier, nimm mal seine Füße da unter deine Arme. Ja, probier's mal. Jedes Jahr ertrinken weltweit etwa 200.000 Menschen. Man unterscheidet zwei Arten des Ertrinkens. Beide beginnen damit, dass sich bei Wassereintritt in die Luftröhre die Stimmritze verkrampft und verschließt. Hält der Verschluss an, bis der Mensch an Luftmangel stirbt, spricht man von trockenem Ertrinken. Ist der Atemreflex stärker und öffnet die Stimmritze mit Gewalt, dringt Wasser in die Lunge ein und zerstört die Lungenbläschen. Dies alles gehört zu den realen Gefahren nautischer Berufe. Manchen wird das erst hier, im Schwimmbecken, richtig bewusst. Bei diesen Situationen, sag ich mal, jetzt ohne Wind, ohne Welle, im Hellen, ist eigentlich relativ alles noch entspannt. Das kann dann passieren, wenn es dann wirklich mit Welle, mit Dunkelheit, dann die Geräusche vom Helikopter, vom Wind, dann, wenn man da mal ein bisschen Wasser schluckt, dann vielleicht ein Körperlängelig so guter Verfassung ist, dann kann man schon mal, man kriegt da schon mal Panik. Auf See kann man sowas in der Regel nicht machen. Hier kann man drauf vorbereiten und dann weiß man ja auch, was man sich einlässt. Dann muss man sich vorsichtig an die Konsequenz selber vielleicht dann tragen, dass man sagt, okay, vielleicht der Beruf ist ja dann doch nichts für mich oder in dieser Branche was zu machen. Okay, ihr könnt jetzt hier an den Beckenrand schwimmen und dann euch hier festhalten, das sieht gut aus. Länger als ein paar Minuten darf die Übung nicht dauern. Wie lange halten Menschen in kaltem Wasser maximal durch? Ja, so pauschal kann man das nicht sagen. Natürlich, klar, sollte man schon schwimmen können, aber wichtig ist auch die Wassertemperatur. Wenn das Wasser jetzt nur 0 Grad hat oder vielleicht nur ein paar Grad über plus, dann sind die Überlebenschancen relativ gering, weil man relativ schnell auskühlt. Wenn Wassertemperaturen, sag ich mal, um 25 Grad hat, man ist ein guter Schwimmer, dann kann man auch mehrere Stunden das aushalten. Die sogenannten Freischwimmer suchen genau das, eiskaltes, wildes Wasser. Hansjörg Ranzmeier hat Bücher über das Freischwimmen oder Wild Swimming geschrieben. Seine Sportkollegin Barbara ist noch relativ neu. Warum? Ja, beim Hingehen bin ich mir oft selber nicht sicher. Beim Zurückgehen weiß ich es dann wieder. Also es ist einfach so weit aus der Komfortzone heraus und da wird es dann einfach richtig schön und aufregend. Also das ist einfach ein Hormoncocktail, der da im Gange kommt. Das ist einfach unbeschreiblich. Du hast am Anfang Ertrinkensangst, das geht fast jedem noch so, auch nach zehn Jahren. Und das Schöne ist, wie der Körper sich dann adaptiert, wie du dann locker wirst, wie du merkst, du aus diesem Überlebenskampf wird dann ein genussvolles Schwimmen. Und das ist für mich das Schöne. Wild Swimmer schwimmen in Gletscherseen, aber auch in wilden Flüssen oder im offenen Meer. Für heute haben sie einen Wasserfall im Salzburger Land ausgesucht. Hans-Jörg ist erfahrener Freischwimmer und erklärt die Grundsätze. Am Anfang sollte man nicht allein schwimmen, das ist eigentlich das Wichtigste. Also wenn man einen Guide hat, ist das natürlich sehr viel besser. Und was ganz verkehrt wäre, wäre zuletzt bei 28 Grad Wassertemperatur und 35 Grad Außentemperatur zu schwimmen und dann gleich ins kalte Wasser zu hüpfen. In der freien Natur ist eine Rettungsboje für ungeübte Pflicht. Und eine Badekappe, denn der Körper verliert am Kopf extrem schnell Wärme. Das Wichtigste? Selbstkontrolle. Das ist so ein bisschen dieser Fluchtreflex, dieser Impuls, man muss jetzt da raus, das ist Gefahr. Und ganz am Anfang wird das einfach vom Gehirn auf nur ganz stark als Schmerz interpretiert, die Kälte. Man merkt das schon, dass man länger aushält mit der Zeit und vor allem, dass der Körper nicht mehr so diese Panikreaktionen hat. Und das Schöne ist eben dann das Umschalten von Panik-Mode auf Genießen, wenngleich das Genießen relativ kurz ist. In der Regel eine Minute lang müssen Untrainierte diese Panikreaktion aushalten. Danach sind sie höchstens 10 Minuten schwimmfähig. Eine Stunde bleibt ein Mensch in 5 Grad kaltem Wasser maximal bei Bewusstsein. Nach wenigen Minuten kommen sie aus dem Wasser. Mehr als erfrischt. Ja, jetzt kommt so der Adrenalin-Kick. Und jetzt ist es noch angenehm, aber in ein paar Minuten wird es zitterig werden. Aber jetzt ist es gut. Sehr gut. Also man muss sich wirklich auch gut überlegen, was zieht man an. Ich höre wirklich immer dasselbe an. Es ist ja dann auch so, dass das Gehirn, also es gibt so eine Kältedummheit, das Gehirn fordert wirklich runter so. Und wie lange es noch drinnen bleibt, also man wird wirklich so ein bisschen, ja, neblig im Kopf. Die Wirkung von extremer Kälte auf den Organismus ist vielfältig. Zunächst befiehlt das Gehirn dem Körper Bewegung, das sogenannte Kälte zittern, um Organe und Gefäße wieder auf eine Temperatur von mehr als 35 Grad zu bekommen. Ist dies erreicht, besteht keine Lebensgefahr mehr. Die Wissenschaft hat die Kälteprozesse genauer untersucht und eine Ähnlichkeit mit dem Erwachen aus dem Winterschlaf bei einigen Tierarten entdeckt. Neurologen wie Ludwig Aigner aus Salzburg sehen darin einen Ansatz, Medikamente gegen Demenz zu entwickeln. In den Gehirnen von Menschen, die im kalten Wasser schwimmen, wurde ein erhöhter Anteil eines Proteins namens RBM3 entdeckt. Bei Winterschläfern dient es dazu, das Gehirn nach langer Inaktivität zu reaktivieren. Beim Menschen könnte es helfen, beschädigte Gehirnzellen zu reparieren. Ein entsprechendes Medikament vorausgesetzt. Die Forschung dazu ist allerdings erst am Anfang. Durch die Kältetherapie, in Anführungszeichen, findet dieser Regulationsmechanismus statt. Das heißt, dieses RBM3 wird hochreguliert. Und man kann jetzt eigentlich vermuten, dass dadurch auch die Synapsen, Neubildung und die Plastizität im Gehirn gefördert wird. Interessant ist es natürlich jetzt noch herauszufinden, wie dieses RBM3, dieses Gen, dieses Eiweißmolekül tatsächlich funktioniert. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, aus therapeutischer Sicht, denke ich, die Zukunft, dass man aufgrund dieses Wissens Medikamente, Therapien entwickeln kann, die genau an diesem Mechanismus eingreifen. Medizinische Therapien durch oder mit Wasser sind keine Neuigkeit, werden aber manchmal unterschätzt. Denn zu den physikalischen Eigenschaften des Wassers gehört auch, dass es den gesamten Bewegungsapparat entlastet und so immer neue Therapieformen ermöglicht. Wilhelm Kropp ist Patient einer Klinik bei Malente in Schleswig-Holstein. Er hat gerade das zweite künstliche Kniegelenk bekommen. Das A und O der Nachsorge ist Mobilität. Und die ist speziell bei übergewichtigen Patienten ein Problem. Das Körpergewicht ist eigentlich der hauptsächliche Risikofaktor für eine Arthrose im Kniegelenk. Der Patient? Ist übergewichtig. Das heißt, die weitere Behandlung wird natürlich auch darin bestehen abzunehmen. Das ist Ziel auch der Rehabilitation. Es ist mein Ziel, dass ich abnehme. Wie gesagt, mit eigenen Mitteln. Und ich hoffe auch, dass ich es schaffe. Das wird auch schon. Doch das Idealgewicht zu erreichen, ist zumindest kurzfristig nicht ohne weiteres möglich. Also muss der Patient leichter werden, ohne abzunehmen. Und wenn Sie hier angekommen sind, gehen Sie mal rückwärts wieder zurück. Legen Sie mal den Rückwärtsgang ein. Genau. Schmerzen, tut nichts weh. Und die Knie genauso schön hochnehmen, wie eben, wie vorwärts. Eine halbe Stunde dauert die Therapiesitzung. So viel Ausdauer ist nur im Wasser möglich. Im Wasser ist das natürlich unterstützend von diesem Auftrieb. Natürlich ganz anders, als wenn man das draußen macht. Dann hat man nicht so diese Unterstützung vom Wasser. Ich glaube nicht, dass er das an Land konnte. Vielleicht könnte er es im Stehen einmal, aber vorwärts gehen und bei jedem Schritt die Hände unter das Knie zu nehmen. Ich glaube, dafür wäre das Bein noch zu schwer. Prinzipiell ist die Bewegungstherapie im Wasser, in der Rehabilitation eigentlich der zentrale Baustein überhaupt. Wir nutzen halt die physikalischen Effekte des Wassers aus. Das heißt, wir haben einmal den Auftrieb, wahrscheinlich der Haupteffekt. Der Körper ist etwa 90 Prozent leichter im Wasser. Das heißt, die Leute, die sonst Gehstöcke benutzen müssen oder gar nicht belasten dürfen, die können sich frei bewegen. Ganz normale Bewegungsmuster lernen, die sie sonst nicht mehr einhalten können. Kriegen Sie nochmal hier so eine kleine Auftriebsscheibe von mir. Die nehmen Sie mal hinter den Rücken. Jetzt gehen Sie mal weiter vorwärts auf den Zehenspitzen. Und versuchen mal, die Fersen jetzt hinten hochzuziehen. Viele kommen auch hier an ihre Grenzen. Aber die haben mehr mit dem Wasser zu tun, als mit den Übungen. Es gibt viele Menschen, die es nicht gelernt haben in der Kindheit. Oder mal so ein Ertrinkungsereignis hatten und sich nie getraut haben, wieder ins Wasser zu gehen und es nie gelernt haben. Die klammern sich dann eher an der Stange fest oder mögen irgendwelche Übungen nicht machen. Aber es geht ja einfach darum, eher da drin zu sein im Wasser und sich zu bewegen. Sind Sie eher so ein Wassertyp oder Wasserfreu? Nee, ich bin Wassertyp. Ich dachte gerade, ich hätte auch ein Blifin werden können. Nee, ich bin eigentlich am Wasser auch groß geworden. Am Ende der Trainingswoche im Schwimmcamp auf Teneriffa. Der Kurs von Holger Lüning verlässt das angestammte Becken und macht sich auf den Weg zum Meer. Es soll drei Kilometer um eine Felsspitze herumgehen durch offenes, bis zu zehn Meter tiefes Wasser. Fast alle sind im Schwimmen extrem geübt, aber dennoch ist die Anspannung spürbar. Das offene Meer, Wasser plus Wind und Strömungen. Ich glaube, der ganz interessante Aspekt ist auch einmal das Fortbewegen, nicht einfach nur hin und her schwimmen, sondern mal einen anderen Ort zu erreichen schwimmerisch. Das ist auch der große Reiz. Es geht erst ungefähr 100 Meter aufs Meer hinaus, um eine Ferienanlage herum, zum nächsten Strand. Als Orientierungspunkte dienen Felsen oder besonders markante Gebäude. Im Freibasser suchen wir uns immer Orientierungspunkte. Und zwar Orientierungspunkte, die man ganz sicher überall erkennen kann. Was wäre hier so ein Orientierungspunkt, wenn man hier sagen könnte, da können wir drauf zuschwimmen? Das Wetter spielt mit. Die gefürchteten Wellen bleiben aus. Der Weltrekord im Freiwasserschwimmen liegt bei 225 Kilometern am Stück in der Adria. In einer Zeit von 50 Stunden. Aber auch die drei Kilometer hin und zurück wollen erst einmal geschwommen sein. Durch die höhere Dichte ist es im Salzwasser etwas einfacher zu schwimmen. Das ist natürlich viel mehr Bewegung drin. Die Temperatur ist anders. Also es ist vieles anders, muss man sagen. Aber das ist ja genau der Reiz auch für viele. Rücksgefühle pur, kann ich nur sagen. Ja, absoluter Hammer. Auch mit der Gruppe, nie in einer Spur von Angst. Ja, es war wirklich wunderschön. Isa hat gesagt, wir haben einen wunderschönen Tag rausgesucht und das Meer war wunderschön blau. Bad Nauheim, am Ende des Kinderschwimmkurses. Schon wenige Stunden Training im Wasser stärken die Rückenmuskulatur und beugen Haltungsschäden vor. Außerdem verbessert sich durch die anspruchsvollen Schwimmübungen auch die Koordination. Und je eher Kinder an Wasser gewöhnt sind, desto einfacher lernen sie schwimmen. Ja, teilweise haben die Kinder das Seefälschen schon geschafft und teilweise üben sie noch. Also sehr unterschiedlich, aber alle Kinder haben Fortschritte gemacht. Es kommt auch immer aufs Alter drauf an. Wir haben Kinder, die sind vier bis fünf, die schaffen es schon. Wir haben auch Kinder, die sind sieben, die haben einfach die koordinativen Fähigkeiten noch nicht so. Sie ist fünf, die Meier, und sie wird es heute schaffen. Das Prüfungsziel? 25 Meter über Wasser halten. Ein weit verbreiteter Irrtum. Ein Seepferdchen-Abzeichen belegt nicht, dass ein Kind sicher schwimmen kann. Auch mit Abzeichen dürfen Kinder nur unter Aufsicht ins Wasser. Den Lehrerinnen ist aber am wichtigsten, dass der erste Schritt gemacht ist. Ich finde, jedes Kind, was einen Schwimmkurs macht und auch das Schwimmen erlernt, ist ein Gewinn für alle. Ja, einmal ertrinken die Kinder nicht mehr, dann haben die ja auch hier in dem Zusammenspiel, in der Gruppe, lernen die ja auch, sich durchzusetzen, zu behaupten, ihre Ängste zu überwinden. Das sind alles eigentlich gute Nachrichten, ja. Auch die meisten Frauen aus der Erwachsenengruppe von Marlies haben durchgehalten. Nicht alle können nun schwimmen, aber alle haben die Angst vor dem Wasser überwunden und können ihre Fähigkeiten einschätzen. Ich freue mich sehr, wenn ich ins Wasser und wenn ich schwimmen kann jetzt, ja. Hast du noch Angst? Äh, ein bisschen, ja. Es ist noch, ja, aber nicht wie früher. Sumaya fühlt sich so sicher, dass sie heute zum ersten Mal in ein tiefes Becken möchte. Es ist diese Sicherheit, die große und kleine Menschen zu schwimmern macht, das Vertrauen in die Physik und in die gelernten Fähigkeiten im Wasser. Es ist schon eine viel höhere Überwindung. Die Hürden, sich in die Tiefe zu begeben, sind schon leer. Kinder gehen da unbefangen da ran. Ja, aber ich denke, du hast es richtig klasse gemacht. Freut mich für dich. Man lernt schon, ja. Das ist das erste Mal in tiefem Wasser. Deswegen, ja, ist es ein bisschen anders. Aber ich glaube, es ist ja, jetzt ist es okay. Genau, jetzt denke ich auch. Schwimmen vermittelt Freiheit und Sicherheit. Es ist gesund für Körper und Psyche. Aber immer mehr Kommunen können sich ihre Schwimmbäder nicht leisten. Wenn wir sie schließen, ist der Zugang zu dieser Kulturtechnik nicht mehr für alle gesellschaftlichen Schichten offen. Ich glaube, was toll wäre, ist, wenn alle Zugang hätten. Also das Bewegen im Wasser ist teuer. Und die öffentlichen Bäder sind teuer, obwohl sie stark subventioniert sind. Und ich glaube, wir tun als Gesellschaft noch zu wenig, um da ein bisschen mehr Gleichheit zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020